Und dein Leben wird sich jetzt beginnen zu verändern. Wir könnten wirklich Wunder wirken, allein auf Ernährungsbasis, mit Pausen, Fasten, so sind wir gestartet. 14 Tage, die dein Leben für immer verändern. Das hat eingeschlagen, wirklich wie eine Bombe, das ist unvorstellbar. Also du kannst dir irgendeine Demo angucken, egal wo. Das Online-Event des Jahres. Weil wenn man nicht die Ursache kennt, dann kann man eine Krankheit nur behandeln, aber nicht heilen. Über 65 weltweit anerkannte Experten. Teilen ihr Wissen über natürliche Gesundheit und Selbstheilung. Mentale Stabilität und Entwicklung. Körpergerechte Ernährung und Lebensweise. Ich spreche über scientifisch gegründet Daten. Traditionelle Medizin. Meditation. Und Corona. Es ist unheimlich schwer, da die Wahrheit rauszufinden, wenn Sie lauter gesponderte Forschung haben. Nicht verpassen. Jetzt kostenlos eintragen und am 11.01.2021 dabei sein. Internationaler Gesundheitskongress 2021.